Sein Stück handelt davon, dass man zufrieden sein sollte mit dem, was man hat. Es heißt, wer lang hat, kann lang hängen lassen. Ich bin, das ist ein wunderschöner Titel, also ich... Schockiert bin ich ein bisschen, dass sie jetzt... Dein Nachbar gegenüber hatte Glück am neuen Markt. Du hattest statt Glück mit Aktien einen Herzinfarkt. Denn du dachtest, er sei dumm und du ganz furchtbar klug. Doch er hörte auf seine Frau und du auf Manfred Krug. Heute fährt er mit dem Chauffeur im dicken Auto durch die Stadt und zeigt der ganzen Welt, wer er ist und was er hat. Tags mag man albern finden, arrogant und trivial, doch er kann sich's halt erlauben. Also gönnen wir sie mal. Denn wer lang hat, kann lang hängen lassen. Das war immer so und wird in alle Ewigkeit so sein. Und klar ist auch, man kann sich drehen, wenden, strecken und auch biegen. Wer nicht lang hat, wird so schnell auch nix zum lang hängen lassen kriegen. Es war. Der Typ, der dreimal sitzen blieb, ist heute ein Mann wie ein Schrank. Hat die tollste Partnerin, groß und blond und schlank. Die ist anders als er, hübsch und nett und auch noch schlau. Und wird zu allem Überfluss. Demnächst noch seine Frau. Jetzt kann man lästern sagen, Mensch, das kann's doch gar nicht geben. Dieser Typ ist der Beweis, nach dem Hirntod gibt's noch Leben. Und trotzdem steht er jetzt mit einer Traumfrau vor dem Altar. Ja, er kann sich's halt erlauben. Also gönnen wir sie mal. Denn wer lang hat, kann lang hängen lassen. Das war immer so und wird in alle Ewigkeit so sein. Und klar ist auch, man kann sich drehen, wenden, strecken und auch biegen. Wer nicht lang hat, wird so schnell auch nix zum lang hängen lassen kriegen. So stehen wir die ganze Zeit zwar neidisch, doch vergebens Neben unserem Nachbarn, am Pissoir des Lebens. Vergleichen Umfang, Druck und natürlich auch die Linke. Anstatt uns zu erfreuen, am eigenen Gehänge. Denn wer hat's Koller hängen lassen. Das war immer so und wird in alle Ewigkeit so sein. Und klar ist auch, man kann sich drehen, wenden, strecken und auch biegen. Wer nicht lang hat, wird so schnell auch nix zum lang hängen lassen kriegen. Kriegen, kriegen, kriegen. ARD Text im Auftrag von bedroh ARD Text im Auftrag von 짧bz ARD Text im Auftrag von solst dum нач ARD Text im Auftrag von gedźDum ARD Text im Auftrag von funk Verbste sind auf werde hashtieren, weil giorniVi 급.